Turn down the lights, turn down the bass, turn down these voices inside my head. Nimm mich Céline mit. Céline in der Live-Show mit dabei gratulieren. Danke. Ich schnau es überhaupt nicht. Irgendwann wache ich in der Nacht und denke, ich bin in der Live-Show. Aber jetzt ist es noch so, also gut, ich bin weiter. Aber ich glaube, das Gefühl, irgendwann 16. Aber im Moment bin ich noch so, ja, ja, also gut, ich bin weiter. Aber was es wirklich bedeutet, ist noch überhaupt nicht da. Ich gehe mit Céline. Céline, dein Abend. Céline ist dabei in den Live-Shows. Ja, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Und das, was nach der Bühne passiert ist, also, als ich hier runtergekommen bin. Es ist einfach irgendwie anscheinend rechts. Es hat, glaube ich, fuhr viel irgendwie bewegt, so. Irgendwie. Ich habe einfach den Eindruck, so. Total. Miau. Miau auf der Bühne. Es ist so langsam und dann bist du... Genau. Ich finde, der Mann hat es wirklich voll auf den Punkt gebracht. Ganz geil gefunden, wenn er gesagt hat, die Leute so ein bisschen foltergespännt, oder? So eine Knisterung gemacht und nach einer der Lösung eigentlich, oder? Machst du es gerne? Also es ist nicht irgendwie etwas Sadistisches. Es ist einfach eine Spannung in der Musik, die ich mega geil finde, ja. Mit der Vanessa. Vanessa mit der B. In der Live-Show. Für die Voice of Switzerland. Ich kann es nicht glauben. Wirklich. Meldumarmen. Ja. Und ich... So schön. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, in die Live-Shows zu kommen. Ja. Ich trage mich nicht so viel, weil ich habe keine Worte gerade. Dann zeig es mir. Ich kann nicht. Ich bin völlig daneben jetzt. Also ich freue mich riesig, riesig. Und ich kann es einfach kaum erwarten, die Live-Shows. Ich habe... Boah. Also das ist eigentlich schon das Geilste. Ja. Es werden krasse Sänger dabei sein. Und ich werde es genießen und das Beste machen.